hallo ihr wundervolle ladies und herzlich willkommen zu meinem daily make up heute gibt es ein fresh up make up würde ich jetzt mal sagen dezent mit bb cream und natürlich wirst du jetzt gleich sehen mit dem kleinen scheißerchen von reamble und zwar habe ich heute mal wieder meine reise lidschatten palette ausgepackt ich erkläre jetzt mal ganz kurz wie ich das aufgetragen habe im endeffekt das ist wirklich easy peasy ich nehme den base ton einfach um ja die farben besser raus stechen zu lassen dann nehme ich den zweiten ton und setze mir den vorne hin ganz dezent erst mal ganz wenig du kannst dir auch eine linie setzen bei dem höchsten punkt von deiner augenbraue da kommt die hellste farbe auf dein bewegliches augenlid um die schlupflider zu kaschieren habe ich jetzt dieses dunkelbraun genommen und ja einfach hier so ein bisschen außenrum vom beweglichen lid entlang geschminkt das wollte ich schon sagen gemalt nein natürlich nicht aufgetragen und dasselbe mache ich natürlich auf der anderen seite auch und das ganze verblende ich jetzt einfach noch mal mit dem großen blending brush damit der wirklich also damit die farbe wirklich schön ja dezent ausschaut und sich ineinander quasi vermischt jetzt nehme ich noch mal was von dem ganz hellen und das gebe ich jetzt also das tupfe ich jetzt eher auf mein bewegliches lied noch mal schlupflider und das gebe ich jetzt also das tupfe ich jetzt eher schön drauf damit das ganze noch ein bisschen noch fresher ausschaut so von dieser palette von der rambe nehme ich sollte ich habe ein frisch im hals nehme ich dieses dunkelbraun und beende mein make up ja ein bisschen kann man da noch verblenden aber das ist jetzt schon eigentlich ganz toll so was natürlich nicht fehlen darf du siehst es gleich direkt wieder im vergleich wimpern tusche ohne witz mädels das ist so wichtig das ist echt so wichtig wie das armen in der kirche ja ok also kann man sehen wie man will ja einfach ein bisschen die wimpern tuschen als nächstes nehme ich mein browser ladies es ist summer ein bisschen glamour glamour darf natürlich sein auch am tag und ja da eignet sich einfach zu diesem look wirklich ohne viel lai lai lom ich habe gedacht da ist eine spinne wirklich so ein bisschen blush auf die bäckchen und ja ihr wisst bescheid ne also ohne highlighter gehe ich ganz sicher nicht aus dem haus ein bisschen highlighter mit den fingern auftragen auf der nase am wangenknochen und natürlich am lippenherz heute habe ich mich für ein lipgloss entschieden mädels weil es einfach so heiß draußen ist und ja ich möchte einfach heute meine lippen pflegen aber da dabei natürlich gut ausschauen und da dachte ich mir einfach komm nimm heute mal den lipgloss ich liebe es halt einfach immer noch ohne ende ja ein bisschen setting miss drauf und fertig ist auf jeden fall mal das make up jetzt empfehle ich dir einfach nimm einfach noch ein paar accessoires perfümer dich ein und ja ready ist der look easy peasy schnell und dezent ist